Das Grundproblem steht auch im Koran, nämlich Muslime zweifeln an Jesus. Das ist Isa, der Sohn Marjams. Er ist das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln. Wer die sie ist, das sehe ich Tag ein Tag aus. Das sind Muslime. Muslime zweifeln am Wort der Wahrheit. Ich vermute, dass übrigens der, wenn man die Auslegungen guckt, da andere gemeint sind. Aber das ist die Realität. Die Muslime zweifeln am Wort der Wahrheit. Die Muslime zweifeln an Jesus, beziehungsweise an der islamischen Verschnittversion. Isa, der Sohn Marjams, Neffe von Mose. Und dann kommt ernsthaft, dann kommen Leute und sagen, ja, der Koran und der Islam, der hat ein wirklich, das einzig schlüssige Jesusbild. Ich möchte dich auffordern, lieber Moslem. Lieber muslimischer Freund, glaub doch dem Wort der Wahrheit. Lies das Neue Testament. Notier dir deine Fragen und such Antworten. Wenn du eine Frage hast, kannst du auch gerne auf meinen Kanal oder bestimmt auch auf Josefs Kanal kommen. Aber ich meine, von dem Isa, seinem Stammbaum, über seine Taten, vom Name Isa, seinem Stammbaum, über seine Taten, seine Kreuzigung, das Injil, die Bewahrung der wahrhaft gläubigen Jesusnachfolger, das Jesusverständnis des Korans ist eine ganze Serie von Totalschadenkatastrophen und Widersprüchen. Das Thema Isa, Jesus, ist allein schon Grund genug, den Islam zu verlassen und Jesus nachzufolgen. Und dann kommt der Sertatsch und sagt, ja, wir haben das einzig schlüssige Verständnis von Jesus. Du solltest vielleicht mal dein eigenes Buch lesen und dran verzweifeln. Ja, ähm, aber der Sertatsch, ich weiß nicht, der sagt dann noch was, dass man seine subjektive Sicht testen soll und sowas, solltest du vielleicht machen, mal lieber Sertatsch. Ja, ich weiß nicht, der sagt dann noch was, dass man seine Subjektivität hat.